Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das allererste VR-Video auf meinem Kanal, den man sieht. Das ist das VR-Erlebnis. Der Ortierungsverlust ist für mich heftig. Oh, hallo es ist das L Willst du es verspüren? Ich bin der Sieg Ich bin der Ich bin der Sieg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt gehen wir wieder raus, weil ich habe Angst in dem Traum So ist der Ausgang So scary Gehen wir mal wieder zurück zum alten Haus Geht's durch? Oh damn Doch vorbei? Nein Bei Orientierung, das ist unnormal Da So viel Schuss haben wir leider auch nicht, da drei Oh damn Oh damn Oh 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 Das ist so damn scary Sorry für die ganzen Geräusche, was ich mache Aber das ist so richtig Es schaut so richtig immersiv aus da Aber Wenn man da so Babydinger und so am Weg ist Er hat aber da nicht mehr auch wieder eine Flamme werfen in die Hand Was Fragen wir da eigentlich Hi Ähm Wir gehen jetzt mal Zum Dietrich Oh 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 my god Oh 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 Hi Da ist der Dietrich dahinten Genau wie letztens wir sehen Oh So Aufmachen So Jetzt können wir das Schloss da aufmachen Mit einem Dietrich Oh 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 Ich schlaue mit dem Messer Oh Oh Bogen wir Oh Ja jetzt die hilfe schauen wir wieder bergauf oder ich weiß ehrlich so gut nicht ganz genau was weitergeht da schauen wir mal bergauf da gehts bergauf oh mein gott da unten war mir waschen da fliegt er jetzt eh nicht runter oder da gehts weiter runter 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 fliegt das herz runter oh mein gott oculus milk fliegt ja fast weg ab wenn ich das da runter schaue hallo hallo ähm so muss ich durchlesen bassball schläger den würde ich gerne nehmen hey damn jetzt krieg ich wieder whatsapp nachricht kann ich da echt nichts machen wahrscheinlich nicht das käppi wäre cool bestimmt angenehmer als das wäre jetzt da kriegt man einen starken hals da bist du jetzt da komm 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 ich komm 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 check schädigen nicht das richtig gewiada hast du euch noch das läuft äh . Ich hab ihn an. . , so da i don't get it so wir gehen leider die ideen aus was wir machen muss aber es gibt noch die werkstätte käme wahrscheinlich aufmachen und wahrscheinlich unter die drigkeit noch finden hinten das aufmachen können aber mal schauen so so Was steht da? Spartmittel? Ähm, kann die Physiker mal von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah! Okay. Was? F. Dietrich, die haben keinen Platz mehr. Äh, hauen wir die Spartmittel weg, in die Mülldäune. Ja, die gehen jetzt verloren. Yes. So, wollen wir das wegwerfen? Ja. Dann Dietrich. Dietrich. Ah, I got it. Und jetzt können wir das da aufmachen wieder. Ah, wo, wo die zuerst hingehen? Ah, zur Werkstatt, da waren wir noch nicht. Hallo. Da müssen wir teuer gehen. Wollen wir gerade, ja? Gehen. Und da, im nächsten Raum. Okay. Da. Dietrich. Windmusikion. Damn. Boom. Tschakalaka. Wo ist denn die Werkstatt, die ist? Noch einmal zurück. Da oben. Die Werkstatt ist. Unten. Und. 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 Ich gehe gerne. Nicht oben, aber wir müssen jetzt oben gehen, leider. Da, ne? Und oben, ja. Cool. Oh mein Gott, der schaut so brutal aus. Hi. Was ist denn die Werkstatt? Na, das wäre aufgelöst. Werkstatt? Na, das wäre aufgelöst. Na, das wäre aufgelöst. Nein. Das wäre aufgelöst. Das wäre aufgelöst. ich kann wieder aufheben, da habe ich Angst da unten hey ich brauche jetzt einen Plan Jungs, ich weiß jetzt wie es weitergeht so, ich habe einen Plan, wir waren eigentlich als einziger noch nicht einen botanischen Garten drüben, mein Gott, das kracht sich fast wieder und wo die, wo sie im Tunnel ist, und ich schätze wie tut es sein, weil warum soll es nicht anders sein oh mein Gott, ich renne einfach schnell rum das herz wird schon auseinander dieses VR herz ist nicht für viele Sessions, das fährt schon fast jetzt schon wieder auseinander da sind wir durch scary shit da sind wir auf einen Roller-Screen da sind wir auf einen Roller-Screen Hinter der Orlete? Weiss das laut Bisschen leiser gemacht Damn Kraut ist gut Spaltmittel wahrscheinlich Können wir wahrscheinlich nicht mehr machen Brauchen wir aber einen da Da ist ja gut Bessbrennstoff Ja, wenn man die Schatzzorte wegwirft Sagt's wahrscheinlich wieder Krimerippes Ja, machen wir das nicht mehr Kann man das kombinieren? Kraut und Chemikalien Ja, ich kann den Festbringstoff leider nicht mitnehmen Hier zu sein Mein Gott, Dietrich? Schon wieder ein Dietrich Aber kein Dietrich, so weit wie was Ja, wo ist denn Warum ist die Tür gerade zugegangen? Hallo Oh mein Gott Hä? Hier kommt ein neuer Raum da Hallo Was haben wir gerade? Altes Haus Erdgeschoss Okay Hallo Mergrat 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 Mergrat, komm raus Das ist cool Ich glaube nicht Ich muss mein Herz jetzt schon wieder Öl auf tun Mein Oculus Milk, Entschuldigung Mergrat Mergrat Wo steckst du dich? Mergrat Das ist kein Stoff Mergrat 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 Ja, Invulsion, gute Chemikalien, die wäre gut, aber ja, dann nehmen wir mal das Psycho-Zeug, das sehen wir mehr in der Umgebung. Zack, können wir gleich besseres Zuhause finden, oh damn, wir sind wieder übersehen, aua, ist er da hinten, hinten ist er zu suchen, wieder der Wand, guck mal den da hin, da drühen, ne? Äh, klar, oh damn, geht nicht. Das ist Psycho-Zeug, ja, können wir jetzt nicht mitnehmen, leider, ist verschlossen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh. 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 Ich bin nicht selber da. Aua. Alter! Egret! Holy shit! Was ist los? Aua! Hast du mich gerade aufgerissen? Herr Henson! Oh mein Gott! 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 It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mein Gott! Oh my Gott! Oh my Gott! Oh mein Gott!